herzlich willkommen zu einem neuen shop video wenn euch die videos hier gefallen würde ich mich riesig übernabe freuen außerdem bewertet kommentiert unterhalten natürlich das video und schaut auch gerne auf dem twitch kanal vorbei dort werden wir heute wieder road to champion machen ist nicht mehr lange danach habe ich es auch geschafft könnte sogar sein dass heute schon das finale von road to champion ist und auf dem youtube kanal werden heute noch die highlights von der gestrigen hype night kommen könnt ihr euch auch schon drauf freuen ich denke mal so gegen 12 Uhr müsste das online kommen ich würde sagen wir schauen uns jetzt allerdings den item shop an und heute haben wir einen neuen skin und zwar den zina skin einmal im standard und jacke stil dann gibt es dazu die india coast liga ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen glaube ich aber müsste so ungefähr heißen dann haben wir zunächst den magnus skin dazu die ahlenschlag spitzhacke dann haben wir den echo skin von gestern der erste neu angekommen ist da hat man einmal den umgekehrten stil wo die farben einfach invertiert sind und dann natürlich den standard stil dazu gibt es dann auch noch das backpack hier ebenfalls alles umgekehrt dann die zwielicht sichern auch wieder im hell und dunkel stil den dann als nächstes den echo jet auch wieder in dunkel und in hell als nächstes haben wir dann hier noch die echos lackierung hier hat man allerdings keine zweiten stil wenn ich eigentlich ein bisschen schade wenn schon der rest so ist dann könnte man das auch noch als weiteren stil machen dann haben wir den chopper skin noch den nachtlicht skin den twisty mode auch schon sehr sehr lange glaube ich nicht mehr im shop dann haben wir die schrott düse als gleiter gute laune gang als fortbewegung simot und als letztes konzentriert ebenfalls als fortbewegung simot das war es dann mit dem modding shop video ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten video ciao